Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bin ich wieder, hier ist wieder euer Jan. Und heute habe ich mal wieder ein ganz besonderes Trainingsvideo für euch, denn ich war mit dem lieben Fabian Lukassen von Just Us Goalkeepers. Kennt ihr vielleicht von Instagram oder auch gleichnamig auf YouTube, weil ich trainieren und zwar in der Nähe von Frankfurt haben wir da mit einem ambitionierten Jugendspieler, dem lieben Tyler und dem 2. Liga Profi, beziehungsweise leider jetzt abgestiegen in die 3. Liga, Lukas Vatkowiak, von wem Wiesbaden trainiert. Und Freunde, ob es so große Unterschiede gab zwischen dem Profi, dem Amateur und dem Jugendspieler, das seht ihr in diesem Video. Superstar. Jetzt sind sie drin. Jawohl. Jawohl. Jawohl, bleiben wir dabei, alles gut, drei, ja, gut, genau, jawohl, sehr gut. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Superstar Superstar Oh du Ja Jawoll Jawoll Aha Ein? Und eine Reihe? Das mal ein bisschen! Ich nehm hier mal, nehm ich? Ah, siehst du? Gut, da müssen wir gleich nochmal. Gut. Zwei noch. Jawohl. Und jetzt da. Ah, Karte. Jawohl. Klasse. Oh, Eigentor. Gut. Ja. 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 Ja, und letzter Kompf. Gut. 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 Ja. Ja. Gut. Gut. Ja, Bruder, leg ihn raus. Leg ihn raus. Gut. 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 gut sauber 2 Ja! Ja! Ja, hast du selbst gemerkt, ne? Kannst du, ne? Ja, aber ich muss das selber gemerkt. Ja, schade! Gut! Ja! Oh! 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 Komm, wieder 5-6-Fälle. Wir wollten die Ansage, wir hätten die Fälle. Das ist ein Messer. Was ist das? Oh! Oh! Superstar! Was? Oh! Oh! Alter! Jetzt hab ich echt noch mal die Atto gemacht, so. Oh! Stark! Oh! Oh! Superstar! Jawohl! Gut! 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 So, Freunde. Das war's jetzt mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video natürlich einen Daumen hoch und kommentiert, wie gesagt, wer sich am besten drangestellt hat, beziehungsweise ob die Unterschiede zwischen Profi und Amateur oder zwischen mir und dem Profi noch so groß sind, wie ich vielleicht vorher gedacht habe. Weil ich finde, ganz so riesig sind die Unterschiede nicht mehr klar. Ich bin viel kleiner und technisch noch ein bisschen unsauberer. Aber daran werde ich arbeiten. Und ihr könnt euch das machen. Und ihr könnt in Zukunft natürlich noch viel, viel weitere Trainingsvideos sehen und vielleicht auch bei meiner Entwicklung daran teilhaben. Deswegen, Freunde, bleibt dran, sei sicher, dass du abonniert hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Jan, der Nummer 1. Go Keeper. Superstar!